Cheerio, meine lieben Purzelhausener. Willkommen zurück zu Littlewood. So, heute wollten wir uns die nächsten Stufen des Waldes und der Mine. Einmal mich. Und goldene Milch, holy fuck. I want to eat a bubble potato in the tower. Das können wir gleich mal machen. Noch ein paar nette Sachen hier noch. Hey Laura. Nein, das sieht gut aus. So, hi. Hi. Oh, der ist so fies. Ich mag dich nicht. So. Ja. Na ja, warum nicht, nur. Hi Zahner. Ich gehe zwar nicht nach Deluca, aber vielleicht hast du ja Bock und mir die neuen Stufen an der Welt ist und der Miner zu gucken. Äh, ein Peach Shot. Das habe ich ja. Sehr schön. Ordentlichen Mann hier. fahrbar ich tue mein bestes wer wäre es nicht so ein bisschen naja hier sind wir jetzt ein potato spring dieses potato dabei ist gut und das ist ja noch hier drinnen was war denn nun mal ein spurt potato dafür peach shot und potato potato haben wir drinnen und wir haben keine peach shot und potato jetzt sollte peach pop immer das herstellen was ich toll das war schön dass ich jetzt so viele von den dings aber jetzt muss ich mein letztes peach spot ausprobieren hatte habe der habe da so da kommen wir haben mituriten dabei weinheit nein du wirst dort nicht mit dem feuerball wenn er manchmal nervig ist natürlich so und dass man den vorauss das bienen monster haben wir schon getroffen golden bell tree und das wäre 30 50 50 und wo ding ich sage mir jetzt die ganzen goldenen bäume ein nein böse böse dunkelbäume ich schicke mir gerne dann diese komischen stacheln zu einem so nehmen wir noch ein bisschen das mage woods zurück mit so ich war jetzt schon mal nach hause und weil ich wollte noch ein bisschen steine ja auch bauen um die zu tun hätten die tt 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 BACK Was können wir hier donaten? Wir können noch ein paar Luca-Coins, die Luca-Coins hier. Oh, stimmt, wir waren gar nicht einkaufen gewesen. Wir waren gar nicht einkaufen gewesen. Dein fucking ernst? Oh, wir brauchen mal wieder Wodum Planks. So, also der Wald, jetzt finden wir halt nur ein bisschen mehr an goldenen Boy. Uch da. Hey, Mel. So, dann einmal kurz hier drüben donaten. Der braucht sich ja Steine. Yay. Na, wir können noch nicht hin, aber immerhin habe ich schon mal eine Stufe höher. Ach so. So. Was für die Frau und wenn hanging out with Sarah, okay. Das nimm ich mit. Aber warum nicht? Oh, stopp. Wie ist das mit dem hier? Eigentlich sind wir mit dem... Genau. Sondern du musst im Grunde nur hingehen und das Zeug essen. Sehr schön. Äh, Gathering ist auf C. Ah, wir können den neuen Baum pflanzen. Oh. Can I try cooking? Hey, ähm, Babsi? Hallo Laura. Was kann... Was willst du? Nun, ich war in der Taverne von Purzelhausen und... Du und Adam scheinen eine Menge Spaß zu haben, neue Rezepte zu erproben. Denkst du, ich könnte es versuchen? Absolut nicht. Die Taverne ist allein für mich und Adam, um unsere Kochskills zu üben. Wir sind die beiden besten Köche in ganz Solem, weißt du? Ja, aber... Vielleicht könnte ich versuchen, die drittbeste zu werden? Nein! Kochen ist etwas Besonderes zwischen mir und Adam. Du würdest das nicht verstehen. Oh, okay. Das ist... Das ist so traurig! Hahaha. Da komme ich mir aber so ein bisschen banal vor. Oh, Mel, kannst du mir mal erzählen, wie du da hinten gekommen bist ohne Sprungschuhe? You look nice today too. Nein, ich habe noch eine davon. Äh, noch eating meat, stonecratch, getting... Congrats on getting level 50 in Merchant, ja. Merchant ist auch nicht so das Schwere, ne? Äh, donate one plank. Wir müssen wieder Bäume, wir müssen wieder Holz machen. Äh, ernsthaft, ne? Ko, danke. Und das Hühnchen hat wieder ein Ei für uns. Dankeschön. Hi. Upload. Warum bist du denn so fies gewesen? Lorette mal mitgebrochen können. Dankeschön. Aber warum musst du immer so psycho dabei aussehen? So, wir können neue Bäume pflanzen. Ah, ich habe ja gar keinen Peatshot mehr. Nein! Kuh, mach was! so, guten Tag! Na, Regis haben wir auch ordentlich, ne? Ich hoffe, Laura ist jetzt nicht traurig zu Hause. Nein. Ne, das ist okay. 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 klar, komm mit. Wenn sie schon so freundlich fragt, warum nicht, ne? So, wir können auch mal wieder ein paar Regis hier anpflanzen. So, damit haben wir unser Korn auch fertig. I like it. So, hallo, ihr beiden. die beiden hängt ja auch nur gemeinsam oben, ne? Warte mal, ich habe ja Stein. Das ist unser Holz. So, jetzt kommen wir mal kurz beim Shop noch vorbei. Also, bei der Taverne, dann gucken wir uns die nächste Mine in Stufe an. Was braucht das denn als nächstes? Oh, Plain Bricks. Sehr schön. Bim, 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 bim. So. Einmal nach Porta de Luca erstmal. Was ist das? Plant Research System. Nehmen wir mit. Was ist das? Great Stairs Chair. Dreaming Wallpaper. Paper Plain brauche ich nicht. Red Lily auch nicht. Oh, ein Schaf. Ja, ein Schaf. Ein Schaf. Oh, ich sehe da was. Zwiebel. Habe ich noch nicht. Ja, damit. So, und jetzt erstmal in die Dusk Caverns. Dusk Caverns. Wir dürfen nicht mehr. Bucketchen, Level 50. was ist das denn hier? Eine schwarze Perle nimmt man mit. Da ist eine Händlerin. Hallo. Was hast du denn für mich? Raven, der Elementarmagierer. Ein Abyssal Pit. Na wunderbar. Why not? Viel gab es hier jetzt aber nicht. Schätzen sind ja schon gut oder gut, aber irgendwie. Uri Kaikun. Hier noch Matcheside. Da oben was andere. Ich würde sagen, wir können ja auch noch deine Steine mitnehmen. Wir müssen wirklich mal ein paar Tage opfern, um Steine und Holz herzustellen. Herzustellen. So. Ich würde hören, erst mal hauen. Und wenn wir ein paar Wundenen Blocks, ja hier ein paar Wut wiederherstellen. Das ist echt banal. Und jetzt kann ich mir einen Schluck Kaffee nehmen. Das ist ein Schluck Kaffee. So, hier mal ein bisschen Geld reinpumpen wieder. So, wer braucht jetzt als nächstes Holz? Uh, die werden auch mal ein bisschen graben demnächst, ne? Gut, die haben schon... Hast du das jetzt als nächstes Holz benutzt oder so braucht? Ne. Okay. Oh, ich muss verkaufen. I have to soul stuff. Was brauchst du hier? Perfekt. Ein Golden Wood Toy. Kann ich das bei mir irgendwo zur Hose hinstellen? Das ist immer noch eine Frage. Das ist noch Under Construction. Okay. Das ist ja auch gut. Wir haben eigentlich im Grunde alles gespendet. Oh, warte mal. Today's Synth. Ah, ne, ich kann jetzt nicht kochen, weil ich bin ja K.O. Leider. will ich das beim nächsten Mal machen. Das ist so die Frage. Ich hab so viele Sachen jetzt bekommen. Ja, dieses Golden Wood Toy. Tausend! Geld mitmachen. Irgendwann machen wir unser eigenes Haus auch. Also unser eigenes Haus hab ich jetzt erstmal hinten angestellt. Weil ich finde, die Stadt und unsere Bewohner sind jetzt erstmal wichtiger. Auch natürlich, weil wir so Sachen freischalten. Das ist alles so gesehen. Kein Problem. Merchending 51 schon. Aber wir haben gerne Farming oder 20. Egal. I'm feeling happy. Okay. I'm happy. Der, 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 der. I'm walking that's wert. Karotten. 500 Dudewops. Okay. Wir möchten uns rumhängen und Erze fahren. Für acht Stück. Können wir machen. Das ist Quatsch. Ja. Bitte schön. mal gucken wir uns bei willow und mel zuhause beischauen willow ist irgendwann gerne zuhause gerne 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 so gehen wir jetzt hier rein mel ist nicht zuhause hi du kannst mal mitkommen wir können heute mal ein paar erze zusammen kloppen nicht so viel krach alter man fragt sich mal was ist los hier also jetzt hier bei mir zuhause ich trinke sogar gerade einen kaffee ja ich wünsche nur man könnte die irgendwie eine farm stecken oder so ein kram ich habe es schon spiels bekommen aber irgendwie ich muss das nix ich bin vielleicht in der unten Das wäre gut. Okay, wir brauchen 10.000 Dewdrops, damit er uns hier noch mehr Platz schafft. Damit wir uns noch vergrößern können. Könnte aber eine Weile dauern. Seit 10.000 sind mal eben kein Zuckerschlecken. So. Yeah, 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 yeah. 10.000 Dewdrops. Kann ich hier so ein Dings machen? Hier so eine GoFundMe Kampagne fürs Dorf. Okay, irgendwie scheint dort nichts mehr reinzukriegen. Kann das sein. Yay. Erstmal den Laden finde ich noch viel größer. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, ich packe erstmal hier ein paar Sachen zum Verkaufen hin. Besonders hier dieses... Das dann... Dann haben wir auch noch hier... Magic Cook. Shiny Shell. So. Ne, Glockers. Juppigoo. So. Was ist denn dieses Doluka-Geschenk? Kann ich das auseinanderbauen? Kann ich da mal kurz draufklicken? Nö. Na ja. Kordi, ähm. Was wollte ich jetzt machen? Achja, wir wollen ja ein bisschen Erzkloppen dieben, ne? hat das denn hier schon gezielt das mining ist eine spontane frage das hat aber gereicht also dann kann ich den rest des tages ja versuchen wieder ein paar stein blöcke herzustellen ich meine die 150 youtube sie haben wir morgen mit einem kv verkauft was dreifach wieder drin also von daher so ich verarbeite erst mal das zu sehen wir müssen wir wieder ein bisschen stein und so weiter sondern ich dass sie gerade sehe davon haben wir also wirklich wenig ich komme kurz das holz so wir haben 53 also im grunde mussten wirklich verhalten noch mal ein bisschen was sammeln gehen was ihr tun könntet oder solltet ist das video bewerten dann denken zu abonnieren ja und beim nächsten mal ich glaube gucken mal dass wir noch ein bisschen stein und weil also wood sammeln einfach um die geschäfte ja weiter hoch zu pushen und weil wir immer wieder was brauchen naja und irgendwie müssen natürlich schauen dass wir an die 10.000 dewdrops kommen wenn wir unseren ort vergrößert wollen obwohl wir haben ja noch ein bisschen platz das ist ja mal eine andere sache naja dann wenn ihr bock habt sehen wir uns bei der nächsten folge von den und wurde wieder bis dahin